Wir haben heute einen extrem genialen Gast, und zwar den Maxim Mankiewicz im Liebesträgergespräch. Hallo, lieber Maxim. Liebe Birgit, es ist eine Freude. Ja, das Liebesträgergespräch ist kein Interview in der Hinsicht, sondern es ist ein schöner Austausch zwischen uns beiden oder wahrscheinlich auch zwischen den Menschen, wenn sie etwas interessiert, und es geht eigentlich um die Herzlichkeit. Um die Herzlichkeit, um auch zu zeigen, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, insbesondere ihr Feuer leben, wenn sie eintauchen in ihr Feuer, dass sie nicht im Fokus haben, dass sie auf der Bühne stehen, dass sie nicht im Fokus haben den Profit, sondern wirklich ihre Feuerenergie, ihre Herzenergie leben. Und dadurch, und das sehe ich nämlich, weil ich es hellensichtig sehe, auch andere mitnehmen, quasi infizieren. Und das ist so wertvoll. Und darüber würde ich gerne mit dir auch sprechen. Natürlich haben wir alle unsere geistigen Teams und unsere Inkarnationen. Und je nachdem, was uns gegeben wird, das ist ja quasi unser Bewusstsein, das ist ja der magische Schlüssel darüber, der darüber entscheidet, wie viel Information wir erhalten. Und Casey tatsächlich, wo du es gerade ansprichst, habe ich auch tatsächlich, also das war so der Beginn in diesem Leben, würde ich sagen, vor irgendwann, ich weiß gar nicht, 15, 20 Jahren. Und da habe ich auch ein Zitat von ihm in Soulmaster reingepackt, weil das war für mich ein Riesenlearning. Der Mann, der hat ja Menschen behandelt, da war sogar der amerikanische Präsident, Thomas Edison, waren alle bei ihm. Und dann sagte er, das, was ich tue, nämlich sich selber in Trance zu versetzen und danach die Botschaften zu channeln, er sagte, das, was ich tue, kann jeder Mensch tun, wenn er bereit ist, den Preis zu zahlen. Und der Preis heißt Selbstlosigkeit. Forschungen und unseren Satellitenbildern können wir nachweisen, dass der Mann damals schon recht hatte. Er hat über Atlantis gesprochen, über das wahre Leben Jesu. Und es war so faszinierend, dass er das, was er gesagt hat, diesen Preis zur Selbstlosigkeit, das ist der, den wir zahlen müssen, wenn wir Menschen wirklich selbstlos dienen wollen, wie er mit seinen Selbsttrance, dass er dafür nie Geld genommen hat. Und das ist natürlich Wahnsinn gewesen, weil wenn Menschen damals Probleme hatten gesundheitlich, dann haben sie ihm irgendwas, das Problem diktiert. Und dann hat er in dieser Selbsttrance, ohne hinterher zu wissen, was er geantwortet hat in diesem Zustand, die präzisesten Anweisungen gegeben, was man in einer Apotheke an der Straße, dort unterm Regal in einer alten Flasche finden wird. Und diese zwei Mixturen verbinden, aufs Knie drauflegen und dann wird es den Menschen besser gehen. Und genau so war es. Also ich kenne die Stimme schon seit meiner Kindheit. Und auch, dass ich plötzlich in Trance verfalle und in der Nacht, das hat mir mein Bruder erzählt, mit dieser männlichen Stimme spreche. Das ist schon seit der Kindheit so. Beim letzten Trance-Speaking, das war vor zwei Wochen, bei uns in Niederösterreich hier, vor Publikum, da kam auch etwas durch, da sprengt es auch meine menschlichen Synapsen, wenn ich mir das anhöre. Und zwar, ich hole mir ja auch alle Informationen durch ihn oder mit den Guides in Trance. Und ich kann das selber teilweise nicht glauben, ich gebe es aber trotzdem weiter. Was ich aber habe, ist immer wieder diese Eingebungen, diese plötzlichen Einsichten. Es gibt ja unterschiedliche Formen von hell Wissen, Fühlen und so weiter. Und bei mir ist es sehr stark über das Gefühl und plötzlich da Informationen. Wenn du zum Beispiel jetzt zu mir kommst und sagst, Maxim, du glaubst nicht, was ich heute für Zahnarzt bekommen habe, für eine Rechnung, dann kriege ich 780 Euro rein und dann sagst du zwei Sekunden später genau die Zahl. Also ich glaube, jeder Mensch hat unterschiedliche Begabungen, ausgehend von dem, was er da mitgebracht hat in dieser Inkarnation. Und manchmal bekommen wir diese Gaben in diesem Leben wieder. Also wir wissen deutlich mehr, als wir in diesem Leben abrufen können. Das ist der Grund, warum wir manchmal unbewusst in einer Buchhandlung ein Buch ziehen, weil dort auf der Seite 73 genau dieser eine Satz ist, der uns dann wieder ins Bewusstsein bringt, an Themen, die wir in den letzten vier Inkarnationen gearbeitet haben, um uns wieder diesen einen Wink zu geben. Und wir brauchen hier gar nicht das ganze Buch, sondern es reicht dieser eine Satz. Frieden ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Und er hat sehr viel darüber gesprochen, weil natürlich aus dem Publikum Fragen kamen bezüglich der Kriegsthematik auf der Erde, mit den Herden und so weiter. und er hat das so schön erklärt, dass Frieden viel größer ist und viel breiter ist und hier präsent ist und dass nur kleine Herde sind eigentlich, ja auch natürlich, wenn es da viele Menschen gibt, die da unschuldig sterben und dennoch, dass wir so machtvoll und kraftvoll sind, dass wir diesen Frieden jeden Tag spüren können, dass wir uns bewusst werden sollen und sein sollen, dass wir ein Kraftfeld sind, dass wir ein Energiefeld sind und dass wir uns infizieren können und zwar je mehr Menschen, desto besser, ja das ist sehr eindeutig auch ersichtlich, dass das immer mehr Platz nimmt und dass diese Energiefelder, diese friedvollen Energiefelder mehr werden auf der Erde. Das zeigt sich auch. Wir sind Eis, ja, ich wollte gerade sagen, wir sind Eisberge der Einsamkeit in einem Ozean voller Liebe, ne, ein Tropfen Liebe ist ja mehr wert als dieser Ozeanverstand und gleichzeitig ist es aber auch diese weibliche Energie, also nicht aber, sondern vor allem und, diese weibliche Energie, die wir heutzutage brauchen, damit Frieden entsteht und wir brauchen, meine tiefste Überzeugung, mehr weibliche Yin-Energie oder generell Frauen in Führungen, damit diese Mediator-Energie, also wenn Frauen früher miteinander nicht kommuniziert haben, dann hätten sie giftige Bären nach Hause gebracht, dann wäre die ganze Familie getötet, aber das Corpus callosum, das ist dieser Balken, der die beiden Gehrenhälften verbindet, das ist bei den Frauen deutlich dicker und stärker ausgeprägt und dadurch sind die Frauen auch dieses Multitasking-fähiger, ja, die können viele Informationen aufsammeln, die können nähren, behüten, haben auch andere, die Gebärmutter, die dann das Portal zu einer anderen Welt, das Kind kommt dann durch einen durch und gleichzeitig glaube ich, wenn Männer nur mit miteinander in Kontakt gehen, dann werden wir immer wieder noch von diesen Alten, das ist wieder dieses Beispiel, mein Fokus war auf diesem einen Menschen, der bei mir sich im Feld angedockt hat oder die Energie, die sich durch diesen Menschen bei mir im Feld angedockt hat und mir Stress bereitet hat, statt, ja, die Mission der Seele, warum wir wirklich hier sind. Birgit, jetzt habe ich mal eine Frage an dich, ich weiß, du willst mir gerade eine stellen, aber was triggert Birgit Fischer, das wollen bestimmt auch deine Leute unbedingt wissen, also wo merkst du, dass du, merkst, Körper reagiert, als Mensch? Ungerechtigkeit. Same, Fairness, ja. Und, also so Mobbing zum Beispiel oder, ja, Ungerechtigkeiten jeglicher Art, ich kann da echt emotional werden. Ja, das, also, ich bin auch nicht, ich halte das auch nicht zurück, zum Beispiel, egal wo, weil, ich habe den Zugang, dass jede Energie, also es ist alles Energie und Emotion ist auch Energie und ich will die Energie nicht verschenken, sondern ich lasse sie raus, ich lasse sie da sein und die wendet sich dann durch die Erkenntnis und stärkt dann die Auraschichten und dann auch die Medialität. Also da bin ich und versuche das irgendwie den Menschen auch mitzugeben, dass es nicht runterschlucken, vor allem, was ist für dich bewusst? Bewusstsein. Also das ist eine Frage, was für mich Bewusstsein ist? Okay. Ich würde antworten, das Wissen darüber, dass alles miteinander Hand in Hand geht. Das Wissen darüber, wenn ich in einem Hotel gerade als Gast bin und dort ist auf der Kundentoilette, da ein Papier auf dem Boden liegt, dass ich, nachdem ich meine Hände getrocknet habe, das Papier, was auf dem Boden liegt, mit aufhebe und in den Papiereimer schmeiße, weil ich weiß, dass die Putzfrau sich nicht fühlen muss als das letzte Glied in der Kette. Wenn du mich fragst, Doppelzahlen oder generell, manchmal gucken die Menschen auf eine Uhrzeit 14.14 Uhr. Nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass das Universum in dem Augenblick mit uns kommuniziert, Sonst würden wir es ja gar nicht wahrnehmen oder zumindest deuten, oh, viele sagen, oh, 16.16, das ist ein Zeichen, aber die wissen gar nicht, was auf dahinter steht. Und nach meiner Wahrnehmung ist es so, als würde unser Bewusstsein sich mit diesem kosmischen GPS verbinden, ja, und jetzt bekommen wir die Botschaften. Die meisten Menschen sehen diese Doppelzahlen, aber können diese dann nicht so deutlich deuten, weil ihnen oft das fehlende Wissen dazu fehlt. Und jede Zahl, jede einzelne Buchstaben, das weißt du besser als jeder andere, hat ja eine eigene Frequenz, eine eigene Schwingung. Die einzige Frage ist nur, kann ich diese Frequenzen, Botschaften deuten oder nicht? Und das ist, Zahlen oder Soulcodes, wie ich sie nenne, das dient als Übersetzungsprogramm des Universums. Und wenn du magst, können wir auch die Zahlen mal durchgehen. Und die Zahlen aus meiner Sicht sind ein sehr, sehr schöner Ausdruck, um zu verstehen, wer bist du eigentlich auf der Seelenebene, weil dein Geburtstag, den suchst du ja auf der Kopfebene nicht aus, sondern der wird dir auf der Seelenebene gegeben. Bedeutet, du kommst auf die Erde und deine Seele wartet auf den perfekten Zeitpunkt und Ort. Jetzt bin ich soweit, jetzt gehst du runter, weil genau da die Planeten, die Konstellationen genauso stehen. Und genauso wie jedes einzelne Sternzeichen für einen bestimmten Planet steht, so stehen auch Zahlen für Planeten. Und eine Sonne hat eine andere Frequenz, Schwingung, allein wenn wir uns die betrachten im Himmel, als jetzt vielleicht ein Mond. Und genau das Gleiche ist übersetzt in Zahlen, was wir bezüglich unserer Gaben, Fähigkeiten, Potenziale, Talente anreißen können. Also die Doppelzahlen in der Uhrzeit. Genau, die Doppelzahlen. Vorher war nämlich genau wie du das gesagt hast mit 9 oder mit 8 war 21 oder 21. Sehr gut. Sehr gut. Das heißt, wenn wir diese Zahlen sehen und wir registrieren sie und jetzt wissen die meisten auch, wie sie sie interpretieren, nehmen wir 21 oder 21, 2 plus 1 ist 3, 2 plus 1 ist 3. Das heißt, das Universum, deine Geistführer, Engelwesen, die kommunizieren gerade mit dir und sagen, wo geben die ein Zeichen, wo ist dein aktuelles Leben nicht in der Balance und die Zahl 3 steht für Kreativität. Ich würde jetzt interpretieren, wenn du 21, 21 ständig siehst, wo bist du zu wenig in deiner spielerischen, kreativen Leichtigkeit, in deiner Freude. Also dieses ohne Plan, ohne Ziel einfach in den Garten gehen und dort Nägels schmutzig machen, irgendwas umgraben und einfach Freude zu haben oder Enten füttern. Also wo bist du zu wenig kreativ? Etwas malen, musizieren. Du kannst ja mit Zahlen schauen, wer bist du überhaupt, ja? Was sind die Gaben, verborgenen Talente, die du mitgebracht hast auf der Seelenebene, aber du hast sie bis heute nicht gewusst, dass du sie überhaupt hast. Was sind deine Geldblockaden, warum du die ganze Zeit tust, machst, probierst und das Geld will irgendwie nicht zu dir. Einfach nur, weil du nicht in deine energetische Schwingung reingehst. Also es gibt zahlreiche Schwingungen. Es gibt zum Beispiel aus dem Tibetischen, können wir ja gerne teilen, gibt es diesen einen Code, der wird auch der Millionärs-Code genannt. Das ist so, wie Tesla sagte, das gesamte Universum 369, haben die Tibete rausgefunden, wenn du diese Technik durchführst und zwar ein Blatt Papier nimmst und auf den schreibst du 77 Mal täglich über einen Zeitraum von 77 Tagen die nachfolgenden Ziffern, das ist 7753191. Dann ist das die Schwingung, du kannst es auch auf ein Blatt Papier aufschreiben, auf die eine Seite machst du die liegende 8 für die Ewigkeit und auf die Rückseite kannst du einmal aufschreiben 7753191 oder aber du erhöhst die Frequenz, indem du das jeden Tag 77 Mal aufschreibst. Und das ist das, was viele reiche wohlhabende Menschen, von denen ich das auch selber weiß, die sagen, meine Finanzen haben sich ja von zwei Monaten verändert, einfach nur, weil ich immer wieder in diese Frequenzschwingung reingegangen bin. Das ist, also es wird immer spannend, ich könnte noch, und ich habe auch das Gefühl, wenn ich dir dazu höre, dass das extrem in die Tiefe geht. Also weißt du, das Zahlen, das ganze Universum, das sind Zahlen, wenn du dir das wirklich auch hellsichtig anschaust, auch bei meinen Trance-Reisen, siehst du wirklich immer wieder die Zahlen. Du siehst Zahlen, du siehst Farben, du siehst zum Beispiel, normale Gedanken sind sehr linear, ja, das siehst du hellsichtig, aber wenn sie, wenn sie dann sphärisch werden, schauen sie dann ganz anders aus, also wenn es dann rausgeht in die mediale Schicht, sind Gedanken, formen sich um und das kannst du ja auch machen durch die Zirbetröse, durch dieses Portal. Das ist ja, also da bin ich gerade ziemlich im Thema auch drinnen und dass ich das auch hellsichtig beschreibe, damit die Menschen sich das vorstellen können, dass man das wirklich umwandeln kann, weil du kannst ja auch dann, wenn ich dir jetzt zuhöre, auch die Frequenz der Zahlen verwandeln oder ausdehnen. Übrigens bin ich gerade eine tolle Idee. Ja, ja, machen. Schon da. Ja, schon da. In diesem Raum runtergeladen, genau. Ja, ich hätte ja so gerne, dass alle Millionäre sind, die ein schönes, schönes, großes Herz haben. Das ist mir ganz wichtig sogar, weil die Welt ist so schön und die Menschen sind so schön und zwar wirklich, weil ich es einfach sehe und ja, das klingt sehr naiv und ja, ich bin da schon so oft gegen eine Mauer gefahren, weil manchmal dann einfach irgendwas dazwischen stand, aber ich bin einfach davon überzeugt, dass wir Menschen wirklich schöne Wesen sind. Unbedingt. Ein großes Dankeschön für deine wertvolle Arbeit. Also ich habe dich irgendwann vor, ich weiß gar nicht wann, vor zwei, drei Jahren das erste Mal auf dem Radar gehabt und habe mir dann angeschaut, was du machst und habe mir gedacht, wow, da ist jemand ganz anders von diesem ganzen, ja, es gibt ja Kollegen im Markt ohne Ende und die alle versuchen, irgendwas darzustellen oder irgendwelche Dinger zu verkaufen oder irgendwas und das ist so, dieses alte Marketing, das ist so und dass du einfach erfrischend, ehrlich, mutig auch deinen Weg gehst und auch Menschen mit Leichtigkeit dazu inspirierst, mit Menschlichkeit, mit Nächstenliebe in ihre Größe zu gehen, ohne dich selbst dabei ernst zu nehmen und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Vielen, vielen Dank, Birgit. Ja, Dankeschön, das ist wirklich lieb und ich möchte mich, glaube ich, auch bedanken für sehr viele Menschen, also in ihren Namen, weil ich glaube, dein Buch, pass auf, das wollte ich dir jetzt zum Schluss sagen, sehr viele Freundinnen sogar meiner Mutter kennen dein Buch. Die haben nämlich das Foto gesehen, was ich gepostet habe, dass du kommst ins Liebestrede, gespricht, die ist komplett aus einem Häuschen und ja und schöne Grüße und ich habe das Buch gelesen schon vor einiger Zeit und das hilft wirklich. Also allein für das Bewusstsein und Bewusstsein ist wirklich viel und bringt dich eben ins Fühlen und das Fühlen ist so wertvoll. Das wurde Jahrtausende unterschätzt und jetzt kriegen wir es wieder und jetzt lernen wir halt damit umzugehen und das ist auch ein Kraftakt und dafür braucht es eben auch Menschen, die darüber sprechen und damit leben auch. Und ich glaube auch, wir brauchen, weil viele Menschen, die gerade aus dem Herzen fühlen, die fühlen sich sehr so oft einsam, das ist das, was ich bemerke, weil die, die erwacht sind, die haben ja keine Lust unter Normalsterbliche zu gehen, weil die sagen, die verstehen mich eh nicht oder ja, sehr, sehr spiritueller, typischer Satz oft ist, die von jungen erwachten Leuten ist, die sagen, die pennen hier alle, was soll ich hier meinen Mund aufmachen und ich glaube, das ist ein großer Fehler, wir leben in einer Zeit, wo das Böse geschieht oder triumphiert, weil gute Menschen wegschauen und das ist gerade die liebevollen, bewussten Seelen miteinander, verbindet euch, lauscht liebevollen Seelen, ja, geht voran, geht in Führung, ja, wir haben zum Beispiel selbst einen Podcast, das sind mittlerweile über 600 Folgen, das sind so herausragende Persönlichkeiten, dabei auch Birgit Fischer, war ich glaube, zweimal sogar auch schon bei uns und wenn ihr Lust da mal habt, reinzuhören, kostet nichts, die Köpfe der Genies und das ist mittlerweile Top 3 Podcast im ganzen Markt und ich glaube, von oben deswegen so geführt oder unterstützt, weil wir dort nicht genau die Dinge erzählen, die Mainstream erzählt werden, sondern ganz one ist. Danke, Birgit. Vielen Dank.